Hallo, schön, dass du reinschaust. Hier im Video erklären wir dir einmal die Boxkniebeuge, also letztendlich die Kniebeuge, bei der man sich auf eine Box setzt. Entstanden ist diese Variante der Kniebeuge Powerlifting, hauptsächlich dafür, um dem Lifter zu zeigen, wie tief er gehen muss. Also in der Disziplin oder in der Sportart Powerlifting bei der Kniebeuge ist es wichtig, dass du mit der Hüfte tiefer als dein Kniegelenk gehst. Die Box gibt dir zum einen an, wie tief du gehen sollst, zum anderen bietet sie für die entsprechende Sportart noch einen anderen Vorteil, der auch in anderen Sportarten hilfreich sein kann. Wenn du dich auf die Box setzt und etwas an Spannung verlierst, was ich gerade gesagt habe, erklärt das Ganze schon, verlierst du etwas an Spannung, an Sehnenvorspannung und musst mehr aus der Muskulatur arbeiten, um wieder aufzustehen. Ähnlich wie beim Kreuzheben. Beim Kreuzheben ruht das Gewicht am Boden, das heißt du musst erstmal ein ruhendes Gewicht beschleunigen. Bei der klassischen Kniebeuge, wenn du von oben runterkommst, sind die Sehnen bereits unter Spannung. Die elastische Energie, welche in der Sehne gespeichert ist, hilft dir auf dem Weg nach oben eben durch die elastische Energie. In dem Moment, wo du dich hinsetzt, wird ein Teil dieser elastischen Energie verloren gehen. Dadurch hast du mehr Explosivkraftanteil, der arbeiten muss, um wieder aus der tiefen Kniebeuge rauszukommen. Das sind die zwei Vorteile, die dir die Boxkniebeuge gibt. Grundsätzlich wird bei der Boxkniebeuge im Gegensatz zu der klassischen Kniebeuge auch eher in der Hüfte gebrochen. Sprich, es wird nicht als erstes das Knie nach vorne geschoben, sondern als erstes der Po nach hinten geschoben. Dadurch ist diese ganze Variante dominanter für die Hüfte, also die Hüftmuskeln, der Po, die Hamstrings und auch der untere Rücken arbeiten hierbei mehr mit. Die Handel wird letzten Endes genauso aufgenommen wie bei der klassischen Kniebeuge. Lisa zeigt euch das jetzt einmal. Die Box steht auch schon schräg versetzt. Mit dem, geh ruhig noch ein kleines Stückchen zurück. Mit dem Grund, wenn du die Spitze zwischen deinen Füßen siehst, also die Spitze der Box, dann weißt du ganz sicher, dass wenn du dich hinsetzt, du auch auf der Box sitzt. Bei einer Bank, also bei einer Langhandel, bei so einer Trainingsbank kann das mitunter mal sein, dass du wirklich an der Kante stehst und dann das Gefühl hast, dass du die Box verpasst. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn du schweres Gewicht bewegst und schon mal nicht weißt, ob die Übung sicher ist. Sprich, wenn du die Box siehst unter dir und dir sicher sein kannst, dass du auf der Box auch landest, wenn du runter gehst, ist der Kopf freier und du kannst Vollgas in die Übung geben. Genau, zeige ich uns gerade mal die Übung. Genau, da sieht man noch schon. Die Lisa geht als erstes in dieser Bewegung mit dem Po nach hinten, im Gegensatz zu der klassischen Kniebeuge, die ihr auch in dem anderen Video gesehen habt, bei der wir mit der Kniebeugung beginnen. Auch hier Gewicht bleibt auf der Ferse und oben die Knie ganz durchstrecken. Genau. Sehr gut. Gut, wenn du Fragen haben solltest, schreib mir sehr gerne in die Kommentare eine persönliche Nachricht. Ich freue mich in jedem Fall von dir zu hören. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.